Oh, guck mal hier, was haben wir denn da? Kommt wieder rein, ja. Das da ist wieder nur Kleidung? Nee. Wow. Ja klar, so und jetzt, wo soll man hin? Also stimmt, da, wo wir auch fahren. Achso, nee. Ähm, ja. Mhm, mhm, mhm. Kommst du bitte? Danke. Ja, aber vorher werden hier Komponenten geklappt. Nein. Nein. Ja. Alles mitnehmen. Ich schieße jetzt doch, ne? Was ist das? Katana brauche ich nicht. Nein. Was ist los? Beeil dich. Bitte. Okay, mal sehen. Wie? Hörst du das? Shit, die Wichser haben uns eingeholt. Songbird? Hey, schlechte Neuigkeiten. Hansons Köter haben euch gefunden. Die sind gleich da. Wahrscheinlich wurdet ihr drauf und gesehen. Macht euch bereit. Was jetzt? Ich hab ne Überraschung für unsere Gäste. Muss nur noch was anpassen. Beschäftigt sie bitte kurz. Okay? Wir müssen die Geschäfte anpassen. So, mach wieder. Minus eins. Da drüben, da drüben. Na, kommst du? Achtung! Schaftschütze! Hier ist die Kacke am Dampfen, Songbird. Bin schon dabei. Halte durch. Mach' die Panne! Mach' die Panne! Mach' die Panne! Ach! Ach! Was ist das? Sollte was? Sollte was gehen. Sollte was gehen. Ja! Hier bin ich! nicht notwendig 321 okay geht zum aufzug auf der anderen seite des raums ich habe euch gefunden die sind gleich da wahrscheinlich wurde hier draußen gesehen macht euch bereit was jetzt ich habe eine überraschung für unsere gäste muss nur noch was anpassen wir müssen die beschäftigen sommer hat ein plan positionen halten willst du nicht in die armee hab da etwas für dich hier ist die kacke am dammsten sommer Man muss was eisschmelzen Achtung! Scharfschütze! Vorsicht! Hinterhalt! 50 Prozent. 90. Nein, nein, nein! Oh nein! Geschenk! Scheiße! Es bewegt sich! Fuck! Was ist das? Alter Schwede! Ach was? Was heißt, oh Gott? Was ist passiert? Was ist denn los? Wie? Weiß nichts. Wir hatten Anfall. Oh Scheiße! Das Scheißteil dreht durch! Was? So wie? Pack endlich den Maulkorb aus! Hier lang! Schnell! Hier lang! Oh! 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 Die Beine! Lauf! Oh! Hier rum! Zum Aufzug! Los! Oh! 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 Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ey, geh mir nicht auf den Nerv! Wenn er jetzt wieder an dem Tor steht, ne? Vielleicht kann ich. So. Gut. Mann. Ist das alles so seltsam. Und warum war der so langsam? Auf die Beine! Lauf! Oh! 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 Das coldes Du musst noch nie ändern! Was soll das jetzt machen? Ab geht's! Eben,ienciavoller Bin Da unten! Aufzug! Es kommt schon. Ja, endlich. Der Aufzug kommt! Bleibt so lange Deckung! Ertrickte Scheiße! So. Aufzug! Meierstein hier! Na. Na vorne. Du bist hart, kannst du haben. Oh! 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 Ah! Was jetzt? Fuck! Nein, nein, nein! We turn. Das ist alles. Also, boah, so Aktion brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Naja, haben es geschafft. Wie? Du stopfst mir heute nicht! Das ist ja gut. Habe ich auch gar nicht vor. Captain Henry trinken Kaffee. Nein. Wohl nicht. Okay. Gut. Ist es zerstört? Ja. Nach dem Sturz? Ja. Wir hatten Glück. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Oh! Oh. Komm! Wirl du Scheiße! Endlich! Der Sturzer ist schwer beschädigt! Verschlotte das Teil endlich! Schießt auf die ungeschützten Teile. Los, das ist unsere einzige Chance. Ich stehe jetzt nicht daneben. Hallo. Das war auch von dem Blümchen. Jetzt muss ich noch dazu in die Tür. Moment. Klappe. So, da bin ich wieder. Ich habe leider nicht die Zeit gehabt um auf Dings zu gehen. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich noch Zeit rauf zu gehen. Lass mich nicht treffen. Hey, Achtung. So. 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 ... ... ... ... ... ... ... Ziell auf die Schwachpunkte! Scheisse, der Geschützpunkt in Deckung! Oh! 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 Achtung! Lefer! In Deckung! Ich habe einfach die falsche Waffe dafür. Der trifft mich halt. Sie locken die Schwachpunkte! Ach. 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 Ach, ach! Ach. Mal. Ich zeig dir mal, Grob! Ja, genau, jetzt haben wir's! Pass auf! Fuck! Das war's noch nicht! Pass auf! Tech-Grund! Die wollen die Große reparieren! Jetzt stirb endlich! Schießt diese fliegende Toaster ab, los! Boah! Halte durch! Jetzt mehr! Achtung, Laser! Oh! Ach! Alter, was ist denn das? Oh! Achtung! Ach! Ach! Ah, das war's! Ach! Ah! Ja! Ich hatte schon die Finger-Tricks, so me! Get out!